Mein Name ist Gigi, Gigi Fatal. Ich bin Musikerin, Virtuosin, Göttin. Ja, gerade kommt was. Baby. Ich suche einen Mann. Was suche ich eigentlich für einen Mann? Gute Frage. Guten Abend. Ich suche einen Mann. Also ich bin die Jennifer. Voll cool. Also ich suche jetzt noch so einen Mann halt. So einen Partner. Hey Alter, was ist mit dir los? Ich kuschel voll gern. Vielleicht einmal am Tag oder so ist nicht schlecht. Ich glaube, ein Mann ist ein bisschen, war ich nicht so teuer. Und deswegen habe ich gedacht, ist ein Mann vielleicht besser als eine Katze so. Und der hat auch wahrscheinlich nicht so. Guten Tag. Ich bin die Erika. Meine Lieblingsfrucht ist die Melone. Die richtig dicke Hönischmelone. Super saftig, super süß. So wie ich. Can I live here? Can I live here? Hurry. . Jeder hat. Ich hab jetzt ihre Lieblingsfrucht favourite wannabe kann man sagen Die Welt ist arabisch ein paar遊 Herausforderungen. Thereof. Du kannst dich trotzdem besserlern. Ich hab drin. Vielen Dank.